In diesem Video geht es um einen speziellen Bereich in Endless WAV, und zwar um Crossfades. Und ich habe hier eine spezielle Datei vorbereitet, wo ihr grafisch die Unterschiede ganz gut überprüfen und sehen könnt. Und ich glaube, das hilft beim Verständnis, was so ein Crossfade eigentlich ist. Ein Crossfade definiert er, indem er hier diesen kleinen Anfasser in der Wellenform verschiebt. Und wenn ich den jetzt mal so in den mittleren Bereich setze, dann seht ihr, dass ein Teil der Wellenform vor dem Loop-Startpunkt hier hinten wieder eingeblendet wird. Und die Wellenform, die in dem Loop-Bereich drin war, also der Sound, der hier eigentlich zu hören war, wird entsprechend ausgeblendet. Und ihr könnt jetzt durch das Verschieben des Startpunkts entsprechend bestimmen, wo beginnt der Crossfade und wie lang ist der auch. Und ja, ich setze ihn jetzt mal zum Beispiel auf die volle Länge, dann seht ihr, der wird hier ausgeblendet. Und ja, der Bereich von vor dem Startpunkt wird entsprechend hier eingeblendet. Für den optimalen Crossfade ist nicht nur Start und Länge entscheidend, sondern auch der Kurvenverlauf. Und im Standard benutzt ihr in Endless WAV immer einen linearen Verlauf. Das ist hier die erste Einstellung. Und hier gibt es fünf weitere Einstellungen, zwischen denen ihr wechseln könnt. Und ich klicke die mal der Reihe nach durch und dann seht ihr hier in dem Wellenform-Bereich, wie die sich optisch unterscheiden. Also, linearer Verlauf ist eure Standard-Einstellung. Und ich wechsle die jetzt einfach mal durch. Wozu gibt es überhaupt unterschiedliche Crossfade-Kurven? Wofür braucht man das? Die ersten beiden Kurven sind Kandidaten für Loop-Bereiche, die eine relativ konstante Lautstärke haben. Wenn ich jetzt zwischen diesen beiden Bereichen ja umschalte und ihr seht, das ist jetzt hier die maximale Crossfade-Länge eingestellt, dann ändert sich der Pegel der Wellenform kaum. Es gibt natürlich Klänge, die anders sind. Also zum Beispiel ein Klavier oder auch eine Gitarrenseite, die ihr anzupft. Da ist es so, der Pegel ist einmal hoch und dann geht er entsprechend stark abfallend nach unten. Und für solche Klänge, wenn ihr da einen Loop-Punkt finden wollt, da eignen sich besonders die Kandidaten 3 und 4. Und ihr seht halt auch, dass dort durch den Verlauf sozusagen der Pegel entsprechend ausgeglichen wird. Das heißt, dass die danach wieder etwas konstanter in ihrem Loop-Bereich erklingen. Die fünfte und letzte Kurve nehme ich eigentlich immer dann, wenn die anderen nicht so richtig funktioniert haben. Probiert die einfach mal aus. Oft ist das genau der Problemlöser, wenn die anderen 4 kein passendes Ergebnis produziert haben. Kommen wir nun mal zu ein paar praktischen Beispielen. Ich habe hier einen Sound mitgebracht, den ich ursprünglich mal mit dem Excess Virus Synthesizer gesampelt habe. Und den hören wir uns erstmal an. Diese Kombination aus guten Loop-Punkten und Crossfades ist letztlich das, was euch zu einem richtigen Loop am Ende bringt. Und in Endless-Wav gibt es hier unten eine Auto-Search-Funktion. Wenn ihr die aktiviert, könnt ihr mit der Maus einfach einen Bereich markieren, wo ihr einen Loop-Punkt vermutet und Endless-Wav optimiert den dann automatisch. Wenn ihr den Auto-Search-Knopf deaktiviert, müsst ihr auf dem Mac CMD und Shift drücken und den Bereich markieren, beziehungsweise auf dem PC, Control und Shift. Ich aktiviere das jetzt mal und sage mal, hier in diesem Bereich möchte ich irgendwo meinen Loop-Punkt suchen lassen. Endless-Wav hat das jetzt automatisch optimiert. Schlecht auch was vor. Man sieht auch hier in der Ansicht, so schlecht ist das gar nicht. Hören wir uns das Ganze mal an. Das Anhören geht mit Shift und Leertaste. Naja, das ist schon ganz nett. Aber so richtig perfekt wird es eben erst, wenn wir ein Crossfade nutzen. Und ich ziehe jetzt einfach mal den Anfasser hier rein. Und ihr seht, die Software rechnet jetzt hier ein Crossfade. Entsprechend ein, hören wir uns das Ganze mal an, wie das jetzt klingt. Der Sound verliert ziemlich an Lautstärke in diesem Crossfade-Bereich. Das heißt, ich probiere jetzt einfach mal eine andere Kurve aus und nehme jetzt einfach mal diese hier. Ja, das ist super. Habt ihr einen passenden Loop gefunden, geht es oft darum, die Dateigröße möglichst klein zu halten. Das ist natürlich insbesondere dann von Vorteil, wenn ihr mit einem Hardware-Sampler mit begrenzten Speicher arbeitet und dafür Samples vorbereitet. Habt ihr so einen Flächensound oder irgendwie einen Sound, der so in Richtung eines Chorus-Effekts geht oder so, dann probiert hier unten mal die Funktion Loop-Mix aus. Wir haben jetzt einen Speicherplatzbedarf von irgendwie so knapp 1,3 MB. Und wenn ich hier auf Loop-Mix draufklicke, dann versucht die Software durch spezielle Crossfade-Tricks die Dateigröße einfach etwas zu verkleinern. Und dazu setzen wir einen recht langen Crossfade. Das heißt, setzt ihn ruhig auf den maximalen Wert und dann klickt ihr auf Loop-Mix. So, statt 1,3 MB sind wir jetzt unter einem MB und wir hören uns mal an, wie das Ganze klingt. Dieser Effekt passt nicht zu jedem Sound, aber bisweilen führt er einfach zu deutlich kleineren Dateien. Möchtet ihr den rückgängig machen, müsst ihr hier auf den Bereich Undo-Mix draufklicken, dann wechselt die Software wieder zurück auf die Version, bevor ihr auf Loop-Mix geklickt habt. Wir wechseln mal auf ein einfaches Bass-Sample. Das habe ich ebenfalls mit dem Excess-Virus erstellt und ich markiere jetzt hier einfach einen Bereich, nachdem ich Auto-Search aktiviert habe. Die Software sucht jetzt nach einem passenden Loop-Punkt, hat einen gefunden. Ich kann dann Crossfade setzen und mir das Ganze mal anhören. Ja, perfekt. Hier unten findet ihr eine Funktion zum Einfrieren der Loop-Länge. Und dann müsst ihr Auto-Search einmal deaktivieren und könnt diesen Loop in der Datei weiter nach vorne schieben. Und ihr seht, hier unten in diesem Bereich immer die resultierende Dateigröße. Das heißt, habt ihr einen Loop gefunden, der irgendwo hier hinten sitzt, dann könnt ihr den wahrscheinlich mit einem ähnlichen akustischen Ergebnis einfach weiter nach vorne verschieben. Setzen wir noch ein kurzes Crossfade und hören uns das Ganze mal an. Ja, klingt doch perfekt. Dazu könnt ihr hier unten diese Funktion benutzen. Letztlich braucht das Ganze Lupen und Crossfaden und das Arbeiten mit solchen Samples ein bisschen Übung. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei euren eigenen Sample-Experimenten.